Herzlich Willkommen bei Futtern wie bei Muttern. Seit Juli 2010 begrüßen wir unsere Gäste im Edeka Center in der Siemensstraße in Husum. Unser Name spricht hier für sich, denn bei uns können Sie sich jeden Tag auf frisch zubereitete Hausmannskost freuen. Ob gleich morgens ab 7 Uhr mit einem Frühstücksbuffet und belegten Brötchen oder mittags mit täglich wechselndem Mittagstisch. Oder wie wäre es mit einem Kaffee und leckerem Kuchen, selbstgebackener Torte oder Eis? Wir sind die Antwort auf Ihren Hunger. Wir bereiten für Sie täglich wechselnde Gerichte aus der gutbürgerlichen Küche zu. Und das zu fairen Preisen. Unsere vielen Stammgäste danken es uns mit ihrer Treue. Unser Speiseangebot enthält eine Vielzahl von Spezialitäten. Ob aus der Pfanne oder aus dem Backofen. Alle Gerichte werden immer frisch zubereitet. Erleben Sie das abwechslungsreiche Angebot unserer Gerichte. Alle Angebote der Speisekarte selbstverständlich auch zum Mitnehmen. Sie planen eine Feier, Betriebsfest oder Gartenfest? Dann sind Sie hier genau richtig. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr Team von Futtern wie bei Muttern. 3 2 3 Untertitelung des ZDF, 2020